Freunde in der Not Wenn Weihnachten ist, wenn Weihnachten ist, dann kommt zu uns der 00 Schneider, 00 Schneider, Schneider. 00 Schneider, 00 Schneider, Schneider, der Kommissar Schneider ist gut. Na, habt ihr mich erkannt? Richtig. Katzeklo. Der Bart, nicht ganz abgegangen. Du, du, dober Bart. Ich habe mit dem Bart gesprochen. Interessant. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Kommissar 00 Schneider. Ich wollte zwar in Rente gehen, doch es gibt nur einen, der den Fall mit dem ermordeten Clown lösen kann. Nämlich... Freunde im Polizeidienst sind, okay? Scheiße. Egal. Kommissar 00 Schneider. Ein bisschen Unterhaltung. Freunde in der Not Weihnachtlich glänzt der Wald Freue dich, Kommissar 00 Schneider kommt bald 00 Schneider, 00 Schneider, 00 Schneider, Schneider!